Wie soll ich das sagen? Wir lassen die einfach zurücklaufen, oder? Ja. Du kannst dich auf den Schlitten setzen und halt die Kamera laufen lassen. Ja. Oder fahren wir da die ganze Zeit in die Sonne rein, oder? Ist egal. Ist egal? Ja, das wird schon gehen. Ich sage die Kameras, das ist der Wahnsinn. Ich meine, er legt das... Ich sage die Kameras, das ist der Wahnsinn. Ich habe meine Mutter, baby, und ich werde sie durch. Ja. Ja, das ist der Wahnsinn. 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020